Oh, Steffi, irgendwie wird die Schlange immer länger. Ja, schau mal, es wird schon wieder länger. Und schau mal, da ist sogar die Pfeil. Oh, was ein schöner Tag heute, Steffi. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Oh, es war wieder ein perfekter Strandtag. Ja, wenn wir an den Strand ein wenig spazieren gehen, dann sehen wir ja da immer noch so weit. Doch immer sehen wir Abenteuer auf uns. Immer warten auf uns Abenteuer. Heute wäre mir echt nach einem Strandspaziergang, aber mir wäre heute mal echt nach keiner Aufregung, sondern mal was ganz Entspanntes. Wir hatten so viel Aufregung in den letzten Tagen, oder? Ja, ich muss nicht erstmal aufruhen. Aber erstmal machen wir einen Strandspaziergang. Vielleicht sehen wir dann auch unsere Freundin. Okay, gute Idee. Ist das ein schöner Schwasser, oder? Oh ja, so schön heute, ne? Es ist warm, die Wellen sind hier am Schlagen. Schau mal da, da ist ein Limonadenstand. Sollen wir uns da eine Limonade holen? Huch, seit wann ist der denn da? Ich glaube, er hat es hier heute angezogen. Ja, voll cool. Lass uns mal hingehen. Ja, frische Limonade, Limonade, Zitrone, Orange, Kiwi, kommt alle herein. Oh, schau mal, eine lange Schlange, oder? Wow, hier ist ja was los, ne? Ja, pust. Limonade, Limonade, frische Limonade. Okay, aber es hört sich so gut an, wir warten, oder? Mhm. Okay. Oh, das sieht ja lecker aus. Durst habe ich jetzt auch schon ganz schön. Na, da sind Sie aber auch bei mir genau richtig. Ja, wir haben, also, ich möchte gerne einen Keks und ein Glas, bitte, Limonade. Na, gerne doch. Ich habe hier noch, ich gucke mal eben, zwei Cookies und ein Muffin. Und welchen Geschmack möchtest du denn gerne? Zitrone oder Orange? Gibt es auch Kiwi? Ja, ich glaube, ein, warte mal kurz. Oh ja, guck mal, da unten ist noch ein Glas Kiwi-Limonade. Okay, dann möchte ich gerne einen Kiwi und du, Emma? Ich nehme ganz klassisch Zitrone. Ja, davon habe ich noch ganz viel. Das wollte heute keiner. Also, jetzt gibt es für dich erst mal die Kiwi-Limonade. Und dann habe ich hier noch Zitrone. Das riecht aber gut. Ach, Anni, jetzt möchte ich auch mal wissen, wie Limonade gemacht wird. Anni, jetzt möchte ich auch mal hier am Stand stehen und Limonade verkaufen. Das kannst du ja vielleicht auch machen, Steffi, aber erst mal müssen wir wissen, was wir überhaupt bezahlen müssen. Wie viel? Ah, oh Gott, ich kann überhaupt nicht gut kopfrechnen. Und eins und eins und vier Euro fünfzig sind das zusammen, bitte. Okay. So, vier Euro fünfzig sind das dann, bitte. Hier, bitteschön, vier Euro fünfzig. Dankeschön. Warte mal, du kriegst noch ein bisschen Wechselgeld. Ach nee, lass mal, du bist so nett, dann kannst du das auch als Trinkgeld behalten. So macht man das doch, wenn man sich was Leckeres im Restaurant auch kauft, oder? Ja, toll, das ist ja super. Also, hast du da auch mal Wochenende? Ja. Können wir dich dann vertreten? Oh, habe ich eine Mitarbeiterin? Ja, also, ob ich auch mal Limonade verkaufen kann? Oh, na klar, gerne. Ja, und vor allen Dingen, guck mal rüber da, da ist unser cooles Strandhaus. Und wenn du willst, kannst du dann einfach bei uns am Strandhaus dich auf die Terrasse sonnen oder da toll schwimmen gehen. Ja, und das ist ja voll toll, weil dann nur einen kleinen Katzensprung und schon den sind wir hier. Ja, das finde ich auch nicht die Idee. Das kann ich dann immer wieder vertreten, aber ich möchte nicht das Geld, sondern das Geld ist für mich einfach, das ich verkaufen kann. Du bekommst dann das Geld, das ich dann immer verkaufen kann. Och, das ist ja super. Vielleicht darf Steffi dann da einfach so viel Limonade trinken, wie sie will an dem Tag. Oh ja, das ist eine coole Bezahlung. Schau mal, und wenn du willst, da am Ende von meinem Stand, guck mal, da habe ich die Zitronen und Limetten liegen. Da können wir mal zusammen schauen, wie man Limonade machen kann. Ja, gute Idee. Gibst du mir mal Stunden? Schau mal, Steffi, so viele Sachen. Also diese Limetten und die Zitronen sehen ja wohl richtig lecker aus. Kein Wunder, dass die Limonade so gut schmeckt, oder? Ja, die macht das auch bestimmt sehr gut. Guck dir mal den Roller an von ihr, der sieht auch echt toll aus, oder? Ja, so turkis und, schau mal, ihr Helm, der ist so knallpink. Wow! Echt tolle Sachen, die sie hier am Stand hat. Ja, und diese Blumen auch, wunderschön. Zwei rot und eine pinke. Wow! Richtig cool. Ehrlich gesagt habe ich es mir nicht so leicht vorgestellt, aber es ist gar nicht so schwer, Limonade zu verkaufen. Ja. Oh, hallo, was wollen Sie gerne? Hallo, also ich, ähm, ich nenne gerne eine Zitronenlimonade. Okay. Emma, kannst du bitte eine Zitrone holen? Ja, natürlich mache ich das. Ach, das klappt ja alles super. Ach, guck mal, da ist ja auch unsere Limonadenverkäuferin. Die will bestimmt gucken, ob wir ja alles hinkriegen, Steffi. Ja. Kannst du mir jetzt bitte ein Glas fertig machen? Aber klar, mit was drin? Zitrone. Okay, mache ich. Uiuiui, Steffi, irgendwie wird die Schlange immer länger. Ja, schau mal, es sind schon wieder länger und schau mal, da ist sogar die Pse. Oh ja, stimmt, die besucht uns ja, wie cool. Ja, die will bestimmt auch eine leckere Limonade. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier, damit die alle schnell ihre Limonade kriegen. Ja, heute ist auch ein echter heiter Tag. Das stimmt. Oh, da bist du ja. Ja, also es war ganz schön voll und wie du siehst, haben wir noch echt viele Leute, die Limonade wollen. Aber es macht auch wirklich Spaß an deinem Stand. Ja, und außerdem möchtest du vielleicht eine Limonade und eine Muffin oder irgendwas. Wir haben schon eine fertig. Puh, ist das anstrengend. Ich weiß einfach nicht, wie du das aushältst. Oh, das hast du aber toll gemacht. Ja, das ist sehr wunderbar. Guck mal, was hier los ist. Vielleicht verkaufst du immer viel mehr als ich und du musst hier immer stehen. Also, wir machen das gerne nochmal für dich, oder Steffi? Ja, immer wenn du krank bist oder irgendwas machen musst oder Urlaub hast, dann springen wir gerne für dich ein, oder? Ja, tolle Idee. Das ist ja großartig. Ja, super. Habt ihr richtig, richtig toll gemacht. Ich freue mich total. Bye. 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 Vielen Dank.